ja hallo hier ist Donald Trump für Mr. Cohn ich danke Ihnen vielmals. Donald wer? One two three four! Roy Cohn. Schön dich kennenzulernen. Roy Cohn? Sie sind's gutnimmst. Entschuldig im Sinne der Anklage. Wie gewinnen sie? Es gibt Regeln. Die erste Regel ist Angriff, Angriff, Angriff. Es wird spektakulär. Es wird das edelste Gebäude des Landes. Der Welt. Zweiter Regel. Gib nichts zu. Streite alles ab. So etwas gab's noch nie in dieser Größenordnung, dieser Qualität. Da hinten gibt's sogar Käsebällchen. Was machst du da? Willst du so eins sagen? Nein, die sehen absolut edelhaft aus. Käsebällchen. Regel Nummer drei. Egal was auch passiert, du beansprichst den Sieg. Du gibst nie eine Niederlage zu. Um zu gewinnen, musst du gewillt sein, jedem alles anzutun. Du hast einen ziemlich fetten Arsch. Du musst was dagegen tun. Dein Gesicht sieht sie aus wie ein Orange. Angriff, Angriff, Angriff. Geht nichts zu. Streite alles ab. Du gibst nie eine Niederlage zu. Was wäre, wenn Sie heute Ihr Vermögen verlieren? Ich würde vielleicht als Präsident kandidieren, wer weiß. Ein Wein im Knast, sei mein Gast. Angriff, 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 Angriff!